So Freunde, dann machen wir hier mal ganz spritzisch weiter, ne? Oh Mann, ey. Gute Frage, hier. Ach komm, einer noch. Scheiße. Welcher könnte das sein, hier? Ne? 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 Ach, scheiße. Das ist so. Ach du Kacke, ey. Das ist schon wieder zu kompliziert, du Scheiße. Das kriegt man doch nicht hin, hier. Och ne, ey. Was soll denn der Scheiße hin? Ich sag, wo ist noch ein Scheiter? Ja, wunderbar. End soll einer. Mann. Ah, Ordnung schmeckt wieder okay. Ja. Das ist so. Die Stöhne ist doch sicher. Das ist doch gewünscht. Wir haben nur zwei Wads. Da sind nur zwei Wads. Das ist nur zwei Wads. Ja. Sören war gebt. Das ist Magnus oder Elagard. Wir gehen. Ich gehe jetzt. Ich gehe nicht mit euch. Ich muss hierbleiben. Was? Ich kann es fortfieren, ich brauche ein paar Hilfe. Wenn, vielleicht ein von euch kann mit mir hangen? Sieht, dass Olivia dich total aufhört, während ich und Jesse gehöre, Magnus zu finden. Finden Magnus? Du denkst wirklich, dass das so geht? Wir brauchen Elagol, sie ist der größte Enginheur des Weltes. Sie wird herausfinden, wie zu stoppen diese Sache. Wir versuchen es zu zerstören. Und wenn es um die Destruktion geht, Magnus ist der Master. Du bist eine smarte Person, Jesse. Obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Elagol, Jesse. Uh, no, I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Elagol. It's a clear choice to make. You've gotta come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me, like always. Think about it, Jesse. This is more of a gut call. We need to make sure we get this- Ah, cool. We need to make sure we get this- We need to make sure we get this- Ah, cool. You and I are going to Elagol. Awesome. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. What, that guy? I'm right here? I'm right here? Come on, Axel. For Petra's scene. Come on, I'll do it. Petra. I'll take it. Well, what is he doing now? Ah, that thing... Ah ha. Nichts, das war bei Mann Club Stulli-Mod. Wahnsinnige Maschinen, limitiert nur durch die Imagination ihrer brillanten Kreaturen. Während der große Sturm großartig, konsumiert alles in ihrem Wicht. Zeit ist weg für unsere intrepidten Heroin. Ja und dann hätten wir Episode 1 der Ohren des Steines fertig. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Fand ich schon recht geil. Noch mehr Spaß mit MicroStormand. Jetzt Telecall-Kontestellungen anwenden. Nein, das steht erstmal nicht. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns in der Episode 2 wieder sehen. Was uns da erwartet, werden wir ja sehen. Und freut mich auf jeden Fall. Und die Episode 1 hat mich auf jeden Fall überzeugt. Und dann schwimmen wir auch auf jeden Fall weiter. Also haut da rein. Bis dann.